Mal das Spiel auch keller machen? Ja, das bringt total viel. Was? Das Spiel heller zu machen, das bringt total viel. Gar nichts. Wir können aber ein bisschen schlafen, wenn du willst. Wir müssen wieder durchhalten. Ja. Einmal. Wir müssen uns beide bestätigen. Survivor. Oh, du bist hungrig. Oh, ich auch. Du solltest mal ein Lagerchen machen. Ein Lagerfeuerchen vielleicht. Ja. Mal nach, ob ich das bauen kann. Ups. Hm. Und ich hab du hast. Du hast. Du hast. Du hast. Du hast. Ich hab keine Lust auf dich. Ich hab keine Ruhe, Mensch. So. So. Meine Fresse. So, der ist tot. Okay. So, ich hab' ein Feuer. Ich hab' auch fast. Ich bin auch fast tot. Was machst du denn da? Ja, aber ich wird das Ding anlegen. Oh. Ich will doch dich essen. Oh, jetzt hab ich gegessen. Oh, jetzt hab ich gegessen. Ah, okay. Hallo, sag mal, wo kommt das Bus vor, geht denn, Bitch? Aufs Mach! Ushihou! Du Knuschbacke! Oh, Kelvin! Was macht der Klinge denn schon wieder? Er läuft durchs Feuer. Oh, Kelvin! Ich hab auch so die gerade einen Vogel geschlachtet. Okay. Also, ich hab hier was gegrillt. Musst du auf E drücken oder so, oder so? Ja, ja, ab, ab, ab. Wann ist das denn das gar? Was? Wann ist das denn gar? Was siehst du, das verändert sich dann auf einmal. Ist aber früher zu sehen. So, Obachtungsgabe hier, wow. Heute beobachten wir einen Fleischstift, die ist fertig. Kannst du auch noch mal bekriegen. Der Brett ist auch schon. Oh, so. Nee, bei mir wird das gleich, bei mir wird das gar nicht roh, äh, das ist leicht, das wird bei ihm nicht roh. Oh, wie lange müssen wir da warten? Wie lange müssen wir da warten? Da muss man müssen warten. Kann ich hier nicht trinken, oder was? Oh, Kelvin, ich gebe dir die Arbeit, warte, mein Gott. Kannst du, kannst du Fischchen holen, Kelvin. Jetzt kann ich trinken. So, ich muss gedrückt halten. Mach Pause. Rüttbauer, bleib hier. Holen. Stöcker, Steine, Stämme, Fische. Okay. Hol Fische und gib mir. Okay. Er hat gegriffen. Oh, Kelvin, ich gebe mich mal auf den Keks. Kelvin hat eine kleine Aufgabe bekommen. Okay. Hier liegen ja überall Knochen rum. Ja, weil du den Typen verbrannt hast, das Feuer. Ach so. Bei den Knochen könnten wir natürlich auch eine Rüstung bauen. Ja. Da kommt ja noch einer, dann kann man... Da kommt Kelvin. Kelvin! Der kommt zu mir, weil ich habe ihm gesagt... Ja, dass er Fisch holen soll? Ja. Aber Kelvin wird gerade genervt von jemandem, wie es aussieht. Oh, ja. Aufs mal ab! Eben, was verstehst du unter Fisch holen? Ich... Da kommt schon wieder einer hin, angewandert. Warum wandern denn? Da ist einer, der hat drunken von denen. Guck mal, da liegt einer am Wasser. Können die vier hier nicht schwimmen? Ich habe gesagt, wir sind aggressiv. Geil still. Hallo? Ich bin da tot. Aua! Ah, ich bin tot. Oh, ich lief! Ah, hilf! Oh, gut. Dankeschön. Ah! Ah, ich bin gleich wieder tot. Das Ding ruhe. Runterschmeißen. So, von der Klette geworfen. Recknet hier. Hau ab! Ich brauche euch kalt, ihr Bastardos. Komm her, du Sackgewicht. Ich bin hier vom Jahrtausend. Pass auf, der Koppel dir her. Ich werde da nicht so weit. Ich habe meine Achse schon wieder nicht ausgerüstet. Oh, der hat das fallen lassen. Der hat den Lederbeutel fallen lassen. Wow. Wollte eigentlich mal gucken, ob wir das bauen können hier. Hau ab, du blöde Leiche. Ja, ist das jetzt so klug, dass in unserer Wasser... Da liegen noch mehr... Da liegen noch mehr im Wasser. Ja, können wir die lieber verbrennen. Nicht, dass die unser ganzes Wasser verseuchen hier. Ja, dann macht man das gleich. Da kann man zumindest auch Knochen machen. Da ist einer den Baum hochgeklöpft. Ich glaube, wir müssen das zumal... Toll. Kannst du dich rausholen, dieser? Nee. Warte. Du musst rausschieben, oder was? Soll ich dir helfen? Ich kann ihn hier im Wasser nicht nehmen. Aua! Aua, ich bin down. Oh Mann, ey. Ich sterbe, ich komme. Ich will die Hälfte, bitte. Doch, warte. Ich habe das nicht gezählt. Graziell über den Teich, wollte ich schon sagen. Über den Zeh. Mein Bild wird dann so ein Schwarz. No, warte. Ah, ich kann dir was geben. Was wird's mir geben? Weiß ich mir nicht. Aber ich kann dir dadurch was geben, wenn ich auf den Inventar gehe. Okay. Ah, hier sind die hier schon immer noch. Okay, wenn was machst du denn da unten? Es soll Fische fahren, habe ich ihm deswegen gesagt, aber anscheinend war das ein bisschen blöde, ne? Kommt doch nicht wieder weg, graudig. Ich glaube, wir haben hier nicht optimal gebaut. Ich glaube, wir müssen, dürfen die oben auf den Berg bauen, dann dachte ich, haben wir ein bisschen Probleme. Das kann gut sein. Und das wir den oben bauen, hat anscheinend auch nicht viel gebracht, weil wir ja wieso hier die wahnsinnigen hochkomplikierten blöden Kerle. Ja, wir müssen uns eine Mauer bauen oder so. Ja, hier geht's noch weiter hoch? Ja, natürlich, hier ist er am Berg. Wie hast du dich eigentlich geheilt? Ich kann mich nicht mehr heilen. Äh, hast du keine Medikamente in deinem Inventar? Ja, ich hab nur noch eins. Ja, ich hab gar eins mehr. Cool, dann... Oh, boah, ich mein's mal auch. Aber wie könnte man jetzt noch bauen? Ach so, ich hab Fleisch gegessen, das heilt mich auch. Ah, okay. X-Bomblingel. Was ist denn ein Zufall, das ist ein Fleisch ein Heil. Wollen wir hier bleiben? Ja, wie gesagt, wir können ja hier unten auf der anderen Flussseite auch noch was aufbauen. Wir können ja oben und unten was aufbauen. Dann hat Calvin's vielleicht ein bisschen einfacher. Was können wir auch machen? Hier unten, wo ich stehe. Also wir direkt hier am Fluss neben den Helikopter bleiben. Ein Baumhaus. Obwohl, das ist ja wieso egal, das... Unterschlupf. Ist ein Baumhaus, Baum? Ja, man kann ein Baum... 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 Unterschlupf machen. Ich hab'n Seil gefunden. Ich hab' auch schon ein oder zwei. Aha. Was ist das hier eigentlich? So, so. Du hast einfach zu... Seil gemacht. Aha. Ja, ich hab' eins gefunden. Feldfahrt... Angebracht... Stockfahrt... An... An... Wenn ich sehr könnte, ich jetzt den handgemachten Bogen machen... jemand könnte auch normale sachen so ich weiß eigentlich wobei der lederbeutel ist ich glaube den kannst du aufmachen ja das nix eine axt und stamm und dann kann man was bauen als aufmachen ja aber dann passiert aber da müsste doch irgendwas drinne sollen ja aber ich gesagt ich kann ihn nicht öffnen bei mir steht da nix hier wollen wir erstmal hier oben was bauen und unten was bauen und dann für oben genug platz aber man jetzt hier oben ein asiat ein baumhaus bauen oder eine hütte ich habe gerade geguckt wie man was bauen kann ich hätte auch einfach renner springen können das wasser ja mich auch warte mal baumhaus also du kannst auch bestimmten kräutern mit bestimmte käufe sammix dann kannst du so ein hiel kamen mixen okay also ein künstliches medikament wir können aber auch nur normale kleine block hütte ich war ja nur bei wegen ein bisschen höher dass sie gar nicht so schnell hochkommen habe ich das nur so gesagt können wir auch machen ja haben wir das hier am fluss oder ein bisschen weiter im wald er hat ihren ihren wasser so ein bisschen noch näher bleiben das kann man kritisch kämpeln oder dass der fische fangen soll der bringt mich gerade fisch wenn man gerade vom teufel redet der eingang ist ja der bin hat sie einfach hat ihn gesetzt der gut sich gerade aus ich mach doch mal so ein seil braum war und 68 stämme alles klar du hast doch gesagt dass du ja ich hab mich gerade erschrocken auf einmal auf einmal hätte ich das ding davor ich habe den baum hier abholzeln nicht den den nicht alle anderen nörder bis den nicht ach so ui was ist ne der hat hier ordentlich blätter gelassen gerade der baum ach so hab ich gerade gemerkt so wir gehen mal ein bisschen und geh mal ein bisschen weiter hier und müsste aufpassen wie die bäume fallen sonst haben wir das baum das haus kaputt ja genau alter käme jetzt bringe ich ja dort fische mensch ich weiß dass du dass mir welche bringt sollte es aber nicht recht so viel danke dafür oh oh ey ey pass auf der fällt jeder auf dem käme drauf oder auch nicht danke äh man kann nur einen baum dann tragen äh rené komm mal kommst du mal kurz her ich hab irgendwie ein bits gebaut das sieht ein bisschen komisch aus da kommt einer ach mit dir ins Wasser mach blub blub mach ich denn jetzt mal mein er säuft einfach okay der Einwohner säuft einfach im Wasser kann ich die Baumstelle auch wieder rausfischen oh ja die kann hier rausfischen hallo ah ja alles klar das wird nackt das wird nackt muss ich das baumhaus alleine bauen anscheinend ich bin hier auch normal aber irgendwie will dieser baum nicht fallen ja das ist doch so n dicken baum da muss man wahrscheinlich bestimmt das bestimmte holz verlagst haben oder so ne ich hab den ja schon halb durch hier ja warte mal ich komm mal her ich zeig mal her den baum oh der ist schon ziemlich dick oh ne ne jetzt hab ich dich grad aus dem holz aus dem Wasser gefischt warte jetzt sind die Schuhe hier drin mann ooo ich kann dich schon wieder aus dem Wasser fischen gehen ey nicht in die andere Richtung was soll das komm zurück ich bin wieder auf Augenstab ich hab gedacht du warst gerade so eine Übung kannst du das nochmal machen hm danke du großgezügig bei wieder gerne ok 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 eine weiter los dos CSV eins zwei drei vier fünf fünf und fünf PE September rabbit er machte die ganze zeit weiter deswegen ich sag ihm mal dass er sich ausprobiert macht pause ich mach mal jeden feuerchen rein oder können wir auch ein lager machen wo wir so sachen hinbauen getragen können oder kunst du mal kurz her hier wo ich bin bin hier ja immer hier alles liegt da liegt ein fisch da liegt ein fisch und da liegt ein fisch den lieber mit der kävel alle geholt da kann es auch nicht noch ein gekochter fisch diese welche sind welche neben mir immer noch 50 stück kommen ganz weit abholen jetzt eine bau wochen städte den fähig ich weiß dass einer ist danke danach wenn man die hütte fertig haben kann man ja eine mauer ziehen und dann kann man hier lagerfeuer und wieder alles aufbauen ja kelvin das geht dann sagt er jetzt ist ein tag geht da also jetzt zeigst du mir das sind da kommt baumfeld wieso kann man eigentlich nur eine aufheben man kann zwei aufheben wie denn nein 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 oh 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 ja ich habe zwei aufgehoben oh es war nicht der plan ey wir gehen vom baumhof runter das ist so eine sehr gute Idee ich stehe hier da hat sich mal am baumhof hochgeklettert schon von denen kichern Aua ich bin angegriffen warum warum machen die denn sowas die sind welche ich bekomme leben mein erualter ja mage hat auch schluss ich mit lustig hier schlusset lustig lustig ist es gut wenn man hier unter dem feuer macht ein bisschen weiter weg das ist am wasser oder so vielleicht das feuer für die fische auch dann lagern können weiter das ist kein Futter hau ab! hau ab! oh fuck! hey! was war das? hey! du musst den neuesten äh zelt setzen oh mein! die ganze letzte sind zwar noch da aber wer war das? ich warum machst du denn sowas? oh mein, der Charakter wird müde die müde anzeige ist das wieder da? ja, ich setz mal wieder neu, das habe ich ja verursacht na, ich werde mal eben hier ich stehe ja auch gerade, wieso? ok, wir nehmen ja wieder alle einzeln, ich weiß nicht warum ok wir spielen ey, komm jetzt, blieb doch den Baumstamm auf, man hallo warum? gehst du nicht? ah, der Baumstamm ist kaputt aha ja doch mal toll fahm, also wenn du einmal gegen den Baum haust, ne, dann ist das ganze Baumhaus kaputt ja, ähm ist auch klar, ist ja noch nicht fest, ne äh nicht? so ja, aber das wäre fest da, 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 da da, da, da so, sind die weg jetzt hier alle? ne, aber keiner so, meine Fresse da liegt einer am Wasser da liegt einer am Wasser ja, ich weiß hier liegt ja auch einer am Feuer oh 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 was sind die Arme ich hast du hier noch einen Fisch? ich noch ja da liegt noch ein Fisch das ist fertig liegt da ein Fisch ach da was willst du hier? ja geh los hier komm geh weg oh der hat ein Bein verloren hier musst du mal den Gliedzeiler facken das war nicht verabsichtigt was sagst du jetzt? das ist auch so hier liegt einer auf dem Feuerwehr hast du ihn grad draufgeworfen? ja Alter, ich dreh mich mal einmal kurz rüber dreh's nicht zurück aber heute liegt ja eine Leiche auf dem Feuer weg mich doch am Rohr meine Fresse ne, das nennt man Mobbing, weißt du das? was? das nennt man Mobbing, weißt du das? das Mobbing schon? das wär ärgern ja, oder auch so ooooooh ok, das hat nicht ganz so geklappt wie ich mir vorgestellt hab ok, gut das ist ja nix passiert oh, ich liege mal Knochen drauf ich kann nicht mehr entscheiden, ob das ein Fisch ist oder ein Knochen, Mann also erstmal die Knochen weg ok, wer jetzt glaubt doch nicht so ich feuer, Mensch das ist auch so ein froh Ochse, ey ich müsste doch lieber ein Zelt bauen jetzt ist ja schon wieder so einer ernsthaft ja da 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 ist auch noch ein Stand hier ist noch ein Stand kannst du nicht nehmen hier, oder was? ja da 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 das geht hier ganz bitteschön hab hier ne trockenlagerung hingelebt macht da kannst du die fische dannhaken ok was ist mit dem plan sagte mir gerade ja doch auf die leute drunter zu schweißen sonst kommst du denn klar ja die ärgern mich die mobben mich hier voll was fischer fischer scheule fischer rollen als fischreuse was bin fischreuse ich glaube so eine fischfalle ich habe hier fertigen fischer ich bin grad immer am kochen irgendwie einer muss ja mal ein bisschen kochen du bist müde ich glaube wir müssen mal da sonst klappen jetzt schon wie sieht es bei dir denn aus du bist müde bau einen unterstub mit einem fahlen ja ich glaube man ist immer irgendwie müde wenn ich das nicht dass mein krachter gleich einfach jungen gilt nicht durchs vorher laufen ich bin auch müde ok wir machen mal bitte was ich du gehst mir so auf den keks mal ein anderes w w Vielen Dank.